Willkommen zurück zu Resident Evil The Village. Es geht spannend weiter, werte Freunde. Wir sind das letzte Mal gestorben. Es waren einfach viel zu viele Lycans. Wir hätten es eigentlich schon geschafft. Ich hätte weiter durchrennen können, aber ich wollte clean und ich wollte zu viel. Wir haben fast keine Munition mehr. Die bringen uns am Rande der Existenz. Und ich gucke mal, wenn wir jetzt neu starten, klicken, ob wir dann... wo wir überhaupt starten. Mal schauen. Weil eigentlich waren wir ja schon ein Gebiet weiter. Wir sind nur nochmal zurückgelaufen. Die haben uns tatsächlich hier nochmal hingebracht. Boah! Das ist ein bisschen hart, finde ich. Ich kann einfach nochmal alles machen. Und ihr wisst, wie lange ich da gebraucht habe, um den ersten Abschnitt zu clean. Das ist hart. Andererseits ist es halt auch gut, weil ich habe wieder komplett meine Munition. Hatte ich an dem so wenig... Ach nee, Moment. Ich glaube, es war so ein Zwischenspiel. Ich glaube, es ist... Ich habe hier schon teilweise gecleaned. Ich bin halt nur teilweise wieder zurückgegangen. Aber wenn jetzt wieder alle da sind, habe ich ein Problem. Aber ein gewaltiges Problem sogar. Moment, was habe ich hier nochmal? Munition? Ja, das geht. Aber ich hatte doch am Anfang mehr Shotgun. Na, mal gucken. Wenn jetzt... Also wenn jetzt nicht sofort Gegner kommen... Das muss hier ein Nest sein. Ne, er sagt, das muss hier ein Nest sein. Oh, nee. Also ist hier noch alles... ...geresettet jetzt? Dann kann ich das nicht clean, ey. Das war das letzte Mal schon so knapp. Das ist ja jetzt... ...unglaublich ärgerlich. Ja, es ist rot. Na, wir gucken mal. Ich kann das... Obwohl, wenn jetzt noch kein Gegner... Kacke, ey. Das ist richtig scheiße. Ja, hier ist auch nicht mehr rot. Es ist wieder alles... Es ist... Ich muss alles nochmal machen. Oh, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mich nicht sterben lassen. Beziehungsweise ich hätte kein... Ich wäre kein Risiko mehr eingegangen. Das ist jetzt ärgerlich. Okay, ich werde es jetzt anders versuchen. Wir müssen es nochmal richtig schön machen. Diesmal mit Explosivfässern und so arbeiten. Und vielleicht ein bisschen mit mehr Minen. Ich muss gucken, wie das jetzt funktioniert, Leute. Das... ...muss ich irgendwie hinkriegen. Aber es ist too much. Es ist einfach so viel. Gut. Kopftreff hast du natürlich immer gerne gesehen hier an der Stelle. Und ja. Abwehren. Durch. Ein bisschen was mitnehmen. Da ich ja nicht unbedingt alles cleanen kann, muss ich ganz schnell hier gucken, was ich mitnehme. Okay, wir rennen hoch. Scheiße. Okay, gut. Mitnehmen. So, wenn die jetzt gleich alle angeschissen kommen, das Fass auf jeden Fall benutzen. Aber es sind leider nicht so viele, wie ich hoffe. Warum noch einer? Immerhin. 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 Das war gar nicht so schlecht. Muss die Shotgun-Muni aufheben für den Dicken, der noch kommt, wenn ich ihn machen will. Scheiße. Shit, doch. Okay, mal kurz einen Abflug machen. Blup. So. Hier drauf wechseln. Scheiße. Es sind schon zu viele hier. Zu viele hier. Ah! Okay. 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 Abgang. 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 Dut, 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 dut. Hier drauf wechseln. Nachladen. Hier war ein Fass, oder? Nee. Shit. Scheiße. Jetzt habe ich halt auch schon alle getriggert. Das war jetzt vielleicht auch nicht so clever. Nee, komm. Lass gut sein. Es ist zu viel, Leute. Ich kriege es nicht hin. Das kann ich nicht. Das kann ich unmöglich. Aber ich muss hier looten. Ich muss looten. Ich muss looten. Scheiße. Es ist rotzfrech. Was ich hier tue. Oh nein. Aber das ist nicht so schlimm. Heilung können wir uns erlauben. Gut. Granaten mitgenommen. Tschüss. Es muss so laufen. Ähm. Wartet mal. Wir rüsten mal Minen aus. Hier haben wir zum Glück auch wieder. Kommen wir mal hier hin. Oh shit. Ja. Stimmt ja. Da war was. Na sowas. Oh. Warte. 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 Nein. Du gehabt. Shit. 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 Schauze. Scheiße. Abgewehrt. Scheiße. Wo häng ich. Ach Gott. 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 Nein. Okay. Jetzt bin ich wieder in der Predulie. Ohrbomben. Ganz schön schnell. Schmeiß die Kacke weg. Und renn. Das war glaube ich ganz gut. Das war nicht so gut. Okay. Ja ey. Es läuft doch. Irgendwie kriegt man das gerade hin oder? Es ist zwar. Es ist schon anspruchsvoll jetzt. Aber. Es geht. Wir haben jetzt gerade ein bisschen gecleant. Wir haben schon viel erreicht und deutlich mehr Muni wie das letzte Mal, Freunde. Wenn ich das mal so sagen darf. Da traue ich mich sogar. Shotgun Muni zu machen. Schaut euch das an. Wir sind wieder im Geschäft, würde ich sagen. Okay. Es war doch gut, dass wir es auf die Art gemacht haben. Ich habe mich das letzte Mal zu lange unten aufgehalten. Wenn man ein bisschen mehr rusht, kommen nicht so viele Wellen. Das war mein Fehler. Das letzte Mal. Erstmal nachladen. Kurzer Moment der Ruhe hier. So. Okay. Aber ich weiß, dass da noch ein dicker kommt. Wie sieht es denn jetzt aus? Ich habe hier unten gecleant. Würde ich gerne nochmal da unten gucken. Ich habe jetzt halt nur Angst, wenn ich runtergehe, dass ich dann wieder eine Welle triggere. Oder haben wir es wirklich geschafft? Das wäre halt so ein kleines... So ein Träumchen wäre das. Wow. Es ist wirklich alles blau. Wahnsinn. Dann keine Zeit verschwenden. Ja, genau. Jetzt kommt die Mucke wieder. Das ist das Problem. Genau den Fehler habe ich das letzte Mal gemacht. Da bin ich nicht weitergegangen. Und es sind immer wieder neue dazugekommen. Das darf man hier nicht machen. Das muss ich mir unbedingt vor zugute halten. Auf jeden Fall. Na los, Großer. So, jetzt haben wir den getriggert. Aber den werde ich so machen, wie das letzte Mal, glaube ich. Wobei, wenn er mir gerade so dumm nachrennt, vielleicht doch mit Minen arbeiten. Wir haben jetzt gerade die Ressourcen. Nochmal. Ah, shit. Das sind kleine. Das war nicht der Plan. Dass ich mit kleinen Minen mache. Wo ist der Große? Hä? Verdammt. Okay, das war... jetzt nicht schön. Okay. Ich kann es mir ein bisschen erlauben. Hinter mir kommt, glaube ich, was. Oder auch nicht. Scheiße. Okay, lass gut sein jetzt. Ah, das ist der Dicke. Okay. Come on. Okay. Nur noch wir zwei. Das wäre gut. Geh drauf. Wäre eigentlich... Ich wollte gerade sagen, es ist eigentlich super dumm, wenn ich es direkt vor dir mache und du trotzdem drauf trittst. Aber okay. Dann bist du eben dumm. Kumpel? Ich habe ihn! Ja! Ehre wieder hergestellt, würde ich sagen. Das lief 10.000 Mal hoch 5 besser als das letzte Mal. Ich habe den Scheiß hier gecleant. Wuhu. Und ich gehe jetzt nicht nochmal zurück, denn... Dazu kommen wieder Miniwellen. Und die waren mein Verhängnis. Also merkt euch, wenn ihr an der Stelle seid, ein bisschen mehr durchziehen. Sonst ist das eine unendliche Qual. Das war gar nicht so schwer, wenn man es ein bisschen zackiger angeht hier. So. Okay. Munitechnisch. Kann nichts machen. Okay. Egal. Jetzt haben wir ja Ruhe. Jetzt können wir weitermachen. Das ist gut. Schießpulver. Okay. Magnum. Yeah. Ja, Granatenwerfer. Magnum. Hebe ich mir alles für Heisenberg oder anderen Bossen auf. Sollte klar sein. Okay. Ist auch blau. Wunderbar. Gut. Ja, oh Mensch. Da geht es ab hier. Minen machen richtig Spaß. Mittlerweile. Okay. Was nun? Was wollte ich gerade machen? Ach ja, herstellen. Ich dachte, ich habe wegen Schießpulver könnte ich wieder. Ach, rostige Reste fehlen jetzt. Ah, okay. Alles klar. Gut. Ah, wird schon gehen. Werden schon klarkommen. Okay. Es geht weiter, Leute. Es geht weiter, Leute. Rostige Reste? Metallreste. Ist ja noch besser, oder? Damit kann ich wahrscheinlich noch bessere Muni machen. Ja, stimmt. Ich kann Scharfschützen-Muni herstellen. Wie sieht es? Magnum darf ich nicht herstellen, ne? Vielleicht muss ich das später noch beim Tew kaufen. Aber Scharfschützen-Muni lasse ich erst mal. Da habe ich noch. Ah, okay. Die Musik hört wieder auf. Dann war wohl nur draußen noch irgendwas. Was? Was für eine Action. Schön! Das sind Dinge, die ich gar nicht hören will. Naja. Mir bleibt wohl nichts anderes übrig. Okay. Das Gebiet. Was? Ah, na gut. Das wird jetzt kommen. Das rote Gebiet. Oh, Mann. Leute, gönnt doch mal eine Auszeit. Echt mal. Oh, Gott. Ach, du Scheiße. Ja, wohl bekommst, ne? Irgendwann geht euch das Fleisch aus, wenn ihr so weitermacht. Ich wollte es ja nur gemeint haben. Kann ich dieses Nest... Oh! Mich irgendwie in die Luft jagen. Und das ist ja furchtbar mit euch. Oh, yeah. Oh, ne Schreibmaschine. Oh, Gott. Munition und ne Schreibmaschine. Und Heilung. Ja, moin. Oh. Die Orte des Königs hat uns endlich erreicht. Mit Wandmalereien und einen Stein an den Zockel, den sie den Kelch des Giganten nennen. Wer hat das alles erschaffen? Wo kamen der oder die Erbauer her? Und wo sind sie hin? Es wurmt mich, dass wir diesen Ort ohne dieses Wissen hinter uns lassen müssen. Tja. Okay, Leute. Sind wir bereit für das, was kommt? Eigentlich nicht. Okay, ich lasse erstmal alles so. Wir speichern ab und gucken, wie wir durchkommen. Okay. Ach, diese Ruhe. Aber sie hält nicht lange. Ja, lass mich raten. Ich springe runter und die Action beginnt. Und ich weiß dann überhaupt nicht, wo ich hingehen soll. Super. Da unten ist irgendwas verschlossen. Also brauche ich eine Art Schlüssel noch von irgendwem. Oh, nee. Oder irgendwas. Da. Wo gehe ich? Wo ist mein Rückzugsort? Ich hasse so Momente. Das ist auch echt fies, ne? Ja, war klar. Oh Gott, das ist ein Boss. Aria. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut, ne. Leute. Oh Gott, das ist er. Das ist er, den wir ganz am Anfang gesehen haben. Ja klar, den können wir nicht ganz am Anfang töten. Wie letztens gemeint. Scheiße, ey. Denn ich habe doch nicht mehr so viel. Okay, das kann jetzt was werden, ey. Der weiß gerade nicht, wo ich bin, oder? Doch, er weiß es. Der riecht mich. Erst mal gucken. Ich komme nirgends wie hoch, ne? Das ist ein Scheiß-Kampfgebiet, ey, Leute. Lass mal Minen legen. Aber ich habe gar nicht... Habe ich überhaupt noch? Boah, ich müsste eigentlich einen Granatwerfer rausholen, ne? Für das Vieh? Jetzt mal ehrlich. Es ist an der Zeit, würde ich sagen. Könnten wir bitte die Dings nachladen? Gott, der... Dieser Riesenhammer des Todes. Ich muss das machen, Leute. Wir wollen hier ja Erfolg haben. Und wir kriegen die Muni nicht ohne Grund. Oh, scheiße. Wo ist er? Hier, okay, hi. Weg, weg. Oh, scheiße. Ich bin am Arsch. Scheiße. Gut nachladen. Wo bin ich? Okay, nachladen. Ist jetzt scheißegal. Ist drauf gebolzt. Dieses ständige Nachladen halt. Nein, du haust jetzt nicht ab, oder? Oh, Gott. Ich hasse dich. Zweifel einmal. Nice. Das will ich nicht. Das darf nicht wahr sein. Oh, Gott. Nein. Nein, 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 nein. Steh auf. Steh auf. Oh, komm. Ey, warum? Okay, nice. Das war fies. Eintreffer und Tod. Okay, ich war angeschlagen. Gebe ich zu. Aber das hätte trotzdem nicht sein müssen. Gib mir doch eine Chance. Ja gut, aber ich fühle mich trotzdem... Es fühlt sich gut an, mit der Waffe den zu machen. Denke schon. Sonst würde sich das nur in die Ewigkeit ziehen. Klar, die Verstärkung ruft er. Die machen wir dann normal. Äh, Heilung ist im Inventar. Ich muss nur drücken. Ja, ist doch wrong. Ich hätte noch... Ach, ich kam einfach nicht mehr dazu, mich zu heilen. Wir probieren es einfach nochmal. Komm. Das war jetzt halt ein bisschen Pech. Äh, nachladen. Wir kriegen das schon hin. Ich meine, wenn wir das jetzt so machen, da liegt jede Menge Loot. Dann haben wir den Loot für später. Das wäre mir wichtiger, als wenn ich jetzt hier alles verballere. Dann lieber ein bisschen vom Granatenwerfer. Für Heisenberg und Kur haben wir immer noch eine Magnum. So. Ja, komm da. Das ist nicht gut. Wir müssen eigentlich noch so ein bisschen hier ärgern. Okay. Genug geärgert. Wir wechseln wieder auf die Waffe. Eigentlich immer in Bewegung bleiben. Sonst trifft er ja mit seinem Kack. Das war gut. Das habe ich voll getroffen hier. Okay. Jetzt holt er schon die... Wow. Jetzt holt er schon die Verstärkung. Das war ein richtig fette Volltreffer. Okay. Auf seinen Kopf. Definitiv. Schwachstelle. Wie immer eigentlich. So. Und jetzt schnell mit den dummen Viechern machen. Kacke, dass ich keine Minen mehr habe. Ich überlege gerade, wie ich sie hier am schnellsten effet. Ja, vielleicht mit der Sniper. Wenn ich für weit... Er hat noch nicht geschrien. Komm, wir nehmen die Sniper. Und gehen weit, weit weg. Weit weg ist ja relativ. Hier vielleicht. Damit ich schnell sterbe. Darum geht es halt, Leute. Ich weiß nicht, hat er oben schon töten. Das ist natürlich die idealste... Okay. Okay. Einer müsste eigentlich noch hier sein. Aber ich habe den gerade nicht gesehen. Lauf. Okay. Runde zwei. Das trotzte. Das dröhnt im Schädel. Nein. Fuck. Okay, Hein. Und weg. Scheiße, da ist er. Und weg. Krotzfresh. Nachladen. Krass, was der aushält, oder? Na, was ist los? Schon am Schwächeln? Und... Abgewehrt. Riesenwurm abgewehrt. Wie auch immer das... Eason aushält. Okay, nice. Weiter. Ja, gut. Äh, ding schon, äh... Scheiße, ich wechselt man. F. Wie geht denn das? Ich will die Muni nach... Oh, fuck. Wie geht das? Ich habe F gedrückt. Er wechselt nicht zu dieser anderen Muni. Ich habe jetzt keine Zeit für so einen... Steuerungsscheiß. Toll. Nur wegen der scheiß Muni jetzt. Nein, ich schon wieder... Oh, kacke, ey. Äh, vielleicht gut, wenn ich die jetzt... Aufbewahre, weiß nicht. Nein. Kein Bock. Okay, das war's schon. Komm, wir gucken nochmal, ob ich das nicht wechseln kann. Ich will jetzt nicht verkacken. Ah, fuck. Scheiße. Das war schlecht. F. Es geht nicht, Leute. Ich drücke F. Er wechselt diesen Muni nicht. Muss ich das irgendwie machen hier? Warum wechselt er die Muni nicht? Ich brauche das jetzt. Ach, scheiße. Dreck. Ja, vielleicht brauche ich einfach mehr Zeit oder kann das nicht während dem Rennen machen. Aber die Zeit habe ich nicht. Nee, nee, nee. Die Marken darf... Ich würde gerne, aber ich darf nicht. Ich werde mal ein paar Bombedinger auf ihn schmeißen. Das wäre eine Idee, oder? Nur treffen. Komm an. Äh. Stirb doch endlich, du Scheißvieh. Ich habe ihn. Die Errungenschaft hat es verraten. Was für ein Fight. Was für ein Fight, ey. Oh mein Gott. Das hat mich einiges gekostet. So. Warum ging das nicht? Jetzt habe ich die Zeit. F. F gedrückt halten. Nein. Wie wechsle ich auf diese andere Munition? Wenn ich R drücke... Er ist ja nachladen. Bei F passiert nichts. Wie kann ich zu dieser anderen Muni wechseln? Wie geht das? Hm. Verstehe ich nicht. Blendgeschoss. Fünf. Und... Oder ist das nicht für die Waffe? Aber... Das ist nicht für die Waffe. Ich deb. Das ist das Maximum. Ich habe nicht sechs Schuss. Oder? Doch. Da müsste ja... Da müsste ja theoretisch da auch null stehen. So wie da. Ja doch. Blendgeschosse. Doch. Es sind die Blendgeschosse. Aber gut. Es ist ja nur... Es sind ja nur Blendgeschosse. Sagen wir es mal so. Ach. Jetzt verstehe ich. Ich... Nee. Auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Selbst wenn ich F gedrückt habe... Vielleicht habe ich die mit F... Nee. Habe ich auch nicht. Ich habe eigentlich normal geschossen. Ich habe keine Ahnung. Könnt ihr mir gerne in den Kommentaren erklären. Ich hoffe, dass ich die so schnell nicht mehr brauche. Was da die Steuerungsproblematik ist. Egal. Ich bin froh, dass wir es geschafft haben. Darum geht es jetzt. Und vor allem... Oh. Jetzt alles schön einsammeln. Die Tür ist jetzt natürlich offen. War klar. Also nach der Action und nach dem Boss können die jetzt mir nicht gleich Heisenberg antun, oder? Ich hoffe es zumindest. Ähm. Hier muss noch jede Menge liegen. Ich habe vorhin ja... Oh ja, geil. Das ganze Gedöns habe ich mir jetzt halt gespart für späteres. Ich denke, das war eine gute Entscheidung, dass wir den Granatenwerfer gezückt haben. Okay. Noch mehr, komm. War krass. Leute, wo ist hier noch Zeug? Da. Arznei. Okay. Wie geht es uns gerade? Orange. Und das war es. Wir können weiter. Kurz überall nachladen. Okay. Hier haben wir schon. Hier kurz. Und hier noch. Okay. Auf zum nächsten Albtraum. Oh. Schick. Schick. Ah, hallo. Nochmal hallo. Ja, ich möchte auch ein bisschen was abhaben vom Kuchen. Ich glaube, hier gibt es sogar noch mehr. Schick, schick, schick. Wo blinkt es noch? Nochmal umdrehen und gucken. Da ist was. Da ist was. Können wir nicht so ein Riesending mitnehmen? Vielleicht ein bisschen schwer zum Transportieren, aber hey. Wenn ich bedenke, was wir für Schätze mit uns rumschleppen. Noch mehr. Theoretisch könnte ich hier stundenlang mir Dinge abschießen, ne? Wenn wir es logisch betrachten. Hier ist noch was. Oder? Ah, da. Hatte ich da gerade noch was gesehen? Oh, jetzt sehen wir auch ein bisschen den Rest der Map. Wir haben noch ein... Obwohl, ne. Doch, wenn wir jetzt hier rauskommen. Interessant. Oh no. Wisst ihr, was das bedeutet, Freunde? Heisenberg ist in der unmittelbaren Nähe. Ja, weil... Hier noch ein bisschen Ruhe. Vielleicht hier einen Speicherpunkt. Könnte ich mir gut vorstellen. Hier kämpfen wir gegen Heisenberg. Das ist unsere Belohnung. Und das ist unser Rückweg nach draußen. Fuck. Ich bin überhaupt nicht bereit, gegen den schon zu kämpfen. Oh Gott. Oh Gott. Ah ja, das war halt das Action-Kapitel. Oh. Hier hat es gerade... Ach nee, ist nur... War dann wirklich sehr viel Action, gebe ich zu. Also am Anfang der Festung war meine Freude größer. Ich glaube, wenn ich es dann nochmal spiele und ich weiß, was da drin ist und wie viel da drin ist, dann muss ich sagen, ist vielleicht dieses Kapitel dann doch eher so... Mäh. Es ist ein Kapitel, auf das man sich weniger freut, sagt man es mal so, weil... Warum sollte man sich auf dieses Gemetzel hier freuen, was hier gerade passiert ist? Ich finde gerade nichts mehr. Ich habe jetzt auch gar nicht so Bock, jetzt noch weiter zu suchen. Weil das sind eh nur ein paar Kristalldinger und wir sind reich ohne Ende. Also ich gucke nochmal von der anderen Seite. Oder bin ich jetzt überhaupt auf der richtigen Seite? Ja, bin ich. Okay, also der Seite, wo es weitergeht. Ach, da liegt einfach noch was. Okay. Das war es aber immer noch nicht. Da. Yes, das war es. Gut. Okay. Kriege ich wenigstens noch einen Tube, bevor der Spaß losgeht? Wahrscheinlich nicht, ne? Okay. Komm, Leute, bitte nicht. Kann Heisenberg nicht woanders sein? Okay, ich kriege gleich neue Instruktionen. Sehr schön. Vielleicht muss ich mich auch erst mal gegen seine Fallen jetzt so wehrsetzen. Das habe ich, das habe ich, das habe ich mich halt erhofft, ne? Wenn jetzt, wenn es nicht so die absolute Liken-Action gewesen wäre, sondern eher so, so Sensfestung-mäßig, das habe ich eigentlich erwartet. Dann hätte ich das Kapitel auch mehr gefeiert. Aber das Kapitel ist noch nicht vorbei. Vielleicht kommt ja genau das jetzt. Vielleicht habe ich den schlimmen Teil jetzt hinter mich gebracht. Mal schauen. Da ist auf jeden Fall schon mal unser Flakko. Okay, ne, dann kämpfen wir gegen Heisenberg. Na, super. Oh Gott. Oh Gott. Ja, okay. WTF? Du hast was drauf, Winters. Respekt. Arzt ab, Arschloch. Wenn ich dich finde, dann... Komm runter. Nicht mehr lange und du bist am Ziel. Ich helfe dir. Aber dafür musst du... Muss ich was? Komm erst mal zu mir. Platziere die Flakons auf dem Altar. Den Rest findest du sicher selbst raus. Bis dann, Winters. Verdammt. Okay, doch kein Showdown. Ich darf erst die Flakons zum Altar bringen. Ich meine, ich hatte meinen Bosskampf gerade eben. Also, fände ich cool, wenn... Wir unser Zwischenspiel etwas verschieben und nicht hier machen. Das wäre nice. Oh Mann, Leute. Ich mag ihn. Ich mag ihn total. Ich mag auch seine Synchronstimme sehr. Die ist sehr bekannt. Er ist eine richtig coole Socke. So von seiner Art her. Aber ich werde es wahrscheinlich hassen, gegen ihn zu kämpfen. Mal schauen. Jetzt haben wir erst was Wichtigeres noch zu tun. Hier gibt es angeblich einen großen Schatz. Schauen wir mal. Regnet es draußen oder ist... Ah, nee, das ist das Wasser, ne? Raus... Opa? Keine Ahnung. Lass mal doch mal schauen. Das darf ich einfach so nehmen, den Teller, ja? Oh, danke. Wenn es sonst jemand vermisst. Ah, ich darf mit dem Boot rausfahren. Ja, cool. Okay, nice. Er lässt mich wirklich rausgehen. Der hat richtig Bock, hier was zu erleben, ha? Ach, alles blau. Ah, wir fahren also hier durch und sind dann... Ah, das hätte ich mir jetzt schon denken können. Wisst ihr noch? Die eine Krypta, die immer zu war. Da habe ich mir gedacht, irgendwann müssen wir von da rauskommen. Und jetzt ist es der Fall. Er lässt mich also tatsächlich erst mal hin. Und, oh mein Gott, Leute. Wir haben zwar noch eine Folge, aber es stinkt nach Finale. Spätestens nächste Woche, ne? Würde ich mal sagen. Keine Ahnung. Mal abwarten. Also an sich ging es ja jetzt doch schneller als erwartet, das Ganze, ne? Aber egal, umso runder ist das Erlebnis. Gut, Leute. Ich werde hier einen Cut machen. Und morgen schauen wir mal, was uns da noch alles wieder blüht. Vielleicht machen wir morgen auch nur wieder Backtracking. Keine Ahnung. Falls es da noch was zu holen gibt. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ihr hoffentlich auch. Bis zum nächsten Mal, wenn es hier wieder heißt. Let's play Resident Evil The Village. Bis dann.